Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Otto Eder von Eder & Partner Immobilien in München. Ich lade Sie ein, heute mit mir gemeinsam diese exklusive Stadtrezidenz nahe den Nymphenburger Schlosspark zu besichtigen. Begleiten Sie mich auf diesem kleinen Rundgang. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt konnten Sie sich einen kurzen Einblick über diese exklusive Penthouse Wohnung verschaffen. Kaufen, Einziehen, Wohlfühlen. Das ist hier die Devise. In diesem Sinne freue ich mich, Sie persönlich kennenzulernen. Herzlichst, Ihr Otto Eder.